1908, der Live-Radio-Lask-Podcast, powered by NRG AG. Immer Laske, immer Laske, ey, ey! Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast. 27 Jahre, personifizierte Schiene, links und rechts, gebürtiger Wiener und einer, der weiß, wie man sich als Cupsieger fühlt. Marvin Potsmann, Servus und danke für die Zeit. Ja, gerne, danke schön, dass ich da sein darf und freut mich, dass wir uns hören. Was darf ich dir zum Trinken anbieten? Ein Tipp für Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein bleifreies Helles beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd? Ja, ich glaube, ich habe gehört, du bist auch Papa geworden vor kurzem. Ja, genau. Genau, das bin ich auch geworden. Ja, cool, gratuliere. Ja, danke schön. Ich habe gesagt, da kann man dann schon mal mit einem Bier anstoßen. Gerne, für mich auch, ein Tipp für Urtyp. Prost, Marvin. Na, Prost dann. Ja, gratuliere. Was ist denn geworden? Ein Bursche ist geworden. Super, bei mir auch. Und wie heißt er, der Junge? Emilio. Emilio, okay. Und bei dir? Unser Kleiner heißt Julian. Ah, sehr schön. Sehr schön, ein Name auch. Ich muss noch sagen, für den Ramfl Reinhold, der zweite Name ist inoffiziell Reinhold, also Emilio Reinhold Potsmann. Okay. Das wollte ich unbedingt und, ja. Was ist denn offiziell oder inoffiziell? Ganz inoffiziell, also offiziell. Machen wir das nicht. Ja, viel cool. Du, Marvin. WRC, Bogen und endlich in der Meisterrunde angeschrieben, Salzburg für der Brust. Bis auf das, dass gerade Papa geworden bist und sich die ganze Welt in Regenbogenfarben ist. Wie geht's dir gerade? Ja, mir geht's wirklich gut. Also, mich freut es einfach wieder, dass ich am Platz stehen darf, nach der langen Verletzung, was ich gehabt habe. Und ich genieße das einfach richtig. Und, ja, man merkt einfach dann in der langen Zeit, was wirklich wichtig ist. Und dann überhaupt, wenn es dann noch Papa geworden ist. Und, ja, es ist einfach schön, am Platz stehen zu können, egal ob Training oder dann während ein Spiel und, ja, das genieße ich einfach zurzeit irrsinnig. Ich habe gehört, die Schnapskarten dürfen bei Auswärtsfahrten nie fehlen. Wie kommt das? Na ja, eigentlich, weil du vorher gesagt hast, du bist gebürtiger Wiener. Ich fühle mich da eher als Burgenländer, muss ich ehrlich sagen. Und, ja, im Burgenland, da tust du halt Karten spielen. Das ist einfach so. Das kriegst du eingeimpft und, ja, deswegen dürfen sie auch bei der Auswärtsfahrt nicht fehlen. Aber wobei, dass wir sagen, jetzt sind wir schon flexibler geworden. Jetzt ab und zu tun wir Bock an, ja, also ist jetzt nicht so streng genommen. Nur die Schnapskarten. Wird da richtig um Geld gezockt oder liegen da maximal die 10, 10 Minuten? Nein, um die Haribo und die Solettis wird da meistens gespielt. Gibt es wen beim Lask, der dir beim Katteln das Wasser reichen kann oder sind alle chancenlos gegen den Kattengott aus dem Osten? Nein, also sicher gibt es Tagesformen, wo wir besser sind und schlechter sind. Aber insgesamt sage ich, nehmen wir uns nicht viel. Also, es sind schon gute Burschen dabei. Betsy Michael, der René Renner ist auch vorzüglich, muss ich sagen, in der Hinsicht. Und, ja, also haben wir schon dabei. Ein paar dabei, was sie da erkennen. Von Rapid zum Lask zu kommen, zumindest aus Linzer Fansicht, ist zumindest eine bemerkenswerte Geschichte. Wie war das damals irgendwie? Irgendwas gespürt davon, von der Rivalität der beiden Klubs? Ja, also du merkst halt schon, dass es nicht die besten Freunde sind, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, das gehört auch im Fußball einfach dazu, so eine gewisse Rivalität. Und, ja, der Lask hat die letzten Jahre also überragend performt. Und ich glaube, dadurch ist es natürlich noch stärker geworden, weil auch dann die Wiener Vereine gesehen haben, hey, da gibt es auch andere Vereine außer Salzburg oder vielleicht dann eben die zwei Wiener Vereine, die da richtig einen guten Fußball zahlen können. Und dann wird automatisch, glaube ich, die Rivalität einfach größer. Und, ja, für mich war es damals eigentlich eine einfache Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Und bis jetzt bereue ich es auch nicht und fühle mich riesig wohl beim Lask. Zu deinen sportlichen Wurzeln. Du hast den Nachwuchs vom Wiener Post SV angefangen. Wie war das damals, als wir ein wenig von deinen Anfängern beim Klicken? Ja, da muss ich mich eigentlich bei meinem Bruder bedanken, weil, wie ich kleiner war, habe ich eigentlich Angst gehabt, dass ich Fußballspielen gehe oder trainieren gehe zum Verein. Und habe immer gesagt, ja, wenn mein Bruder der Dominik nicht geht, dann gehe ich auch nicht. Und, ja, dann ist er halt auch immer zum Handkurs gekommen. Und so hat sich das eigentlich alles entwickelt. Und dann habe ich halt dort ein bisschen gespielt. Und dann haben wir einen Umzug gehabt ins Burgenland. Dann habe ich in Allersdorf gespielt in der Jugend. Und dann waren es eigentlich die klassischen Schritte, LRZ und dann BNZ und ja, dann Mattersburg und so weiter halt. Wie weißt du denn, wie du zum Kicken angefangen hast? Und du sagst, dein Bruder hat dich zum Kicken gebracht mehr oder weniger. Ja, ohne dem, glaube ich, hätte ich mich nicht traut, besser gesagt. Okay. Und da war ich in einem Kindergarten. Ich glaube, was wird es gewesen sein? Fünfe? Viere, Fünfe? So irgendwas, glaube ich. Wow. Okay. In der Hinsicht, ja. Und wie war das so? Kannst du dich daran erinnern, diese ersten? Ja, eines kann ich mich daran erinnern. Und da hat es damals noch nicht so die guten Kunstrosen gegeben, so wie es heute gibt. Und das war eher dann, sagen wir so, Asphalt mit ein bisschen grüner Farbe drauf. Und dass ich mir einmal richtig das Knie aufgeschwunden habe. Also du hast dann einen Knochen dann richtig gesehen. Na, sehr. Vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber damals als Kind habe ich das so empfunden. Und das kann ich noch gut erinnern. Und ja, und halt auch, dass mir irrsinnig Spaß gemacht hat. Und ja, also es hat richtig gut gepasst. Du bist dann Ackerburgenland und SV Mattersburg. Kannst du vielleicht ein bisschen was über diese nächsten Schritte dann im Burgenland erzählst? Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich in die Akademie komme. Damals. Habe es aber dann doch geschafft, zum Glück. Und war halt dann doch ein bisschen größere Umstellung für mich persönlich, weil ich dann einfach ins Internat ziehen habe müssen, weil einfach der Weg vom Südbunkland, wo wir jetzt gewohnt haben damals, oder noch immer tun, Elternhaus halt, waren halt schon eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und das war halt zu viel gewesen. Jeden Tag in der Früh da hin und her pendeln. Und dann nach der Schule vielleicht auch noch nach dem Training. Und dann bin ich in die Akademie gekommen, was mir persönlich irrsinnig viel gebracht hat, weil ich dann mal gesehen habe, was eigentlich meine Eltern alles für mich gemacht haben, was eigentlich früher selbstverständlich war. Weil ich mir dachte, ich stehe auf und frühstücke da, alles da, gewohnt gerichtet. Also ziemlich verwöhnt gewesen in der Hinsicht. Und dann auf einmal stehe ich auf und dann passt das doch nicht so. Und auf einmal muss ich meine Zeit selber wegrahmen. Und ja, also von dem her hat es mich irrsinnig weitergebracht, von der Selbstständigkeit her. Und auch dort muss man ehrlich sagen, also was dann Mattersburg gemacht hat mit der neuen Akademie, also war schon hervorragend, wie sie es gestaltet haben, auch schulisch, weil du dann auch in der Akademie direkt hast du Unterrichtsklassen gehabt und du hast dann gar nicht mehr in der Schule oft fahren müssen. Das war alles dann im Akademiegebäude. Es war wirklich von der Bedingung her fantastisch. Du hast, glaube ich, sechs Plätze gehabt, davon zwei Kunstrosen, vier Naturrosenplätze. Und es war alles auf den neuesten Stand. Und ja, es war also von dem her wirklich überragend. Das heißt, du hast eine gute Zeit gehabt? Ja, viel. Also ich kann mich nur an Gutes erinnern. Und ja, es war also wirklich top, muss man ehrlich sagen. Der nächste Schritt war dann nach Salzburg. Wie war deine Zeit in Kräutig? Also am Anfang war eine noch einmal größere Veränderung, weil es dann doch nicht mehr eine Stunde war. Nach Hause waren es dann doch auf einmal dreieinhalb Stunden. Dann erst die eigene Wohnung gehabt, hat man richtig viel in persönlicher Hinsicht gebracht, dass einfach das Selbstständige noch einmal weiterentwickelt worden ist, was man auch irrsinnig gut dann hat. Und muss ich ehrlich sagen, damals unter Hüther Adi habe ich richtig viel lernen dürfen und können bei ihm, weil er wirklich gezeigt hat, seine Spielidee und war schon damals überragend. Man sieht jetzt seine Folge bei der Eintracht und jetzt wechselt er wieder zu Gladbach. Also das war ein irrsinnig guter Trainer und ich habe das irrsinnig genossen, dass ich unter ihm habe spielen dürfen. Wobei das bei mir anfang halt nicht so leicht war, war die Umstellung dann auch von Martersburg, weil da war damals eher die Spielidee, dass du einmal sicher gegen ein Ball spielst und eher hinten, taktisch, ein Ball ein bisschen nachrennen. Und das war dann halt in Kreide ganz anders, weil dort war dann Pressing, ein Kontaktspiel und das hat schon gedauert, bis ich das intus gehabt habe, weil ich mir doch gedacht habe, ja, ich komme eigentlich vom Bundesliga-Verein, gehe jetzt zu einem Aufsteiger, das wird eigentlich schon relativ gut gehen und dann war es, glaube ich, die ersten zwei, drei Monate, war ich nicht einmal im Kader und habe mich dann eigentlich reinkämpfen müssen und ja, habe es im Endeffekt geschafft, aber das war wirklich ein richtig großer Schritt für mich, sportlich sowie persönlich, die Zeit in Kreide. Und das war sehr schön, muss man sagen. Wie alt warst du, als du nach Kreide gegangen bist? An der 18 oder 19, ich glaube eher 19, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, gerade am Sprung zum Erwachsenen werden und komplett weit weg von daheim und alles neu. Ja, voll, voll. Also, dann mal schauen, wie das ist, dass man Strom hat in der Wohnung und so. Also, es waren schon coole Dinge dabei und dann mit dem Waschen und den ganzen Dingen. Also, es hat schon gepasst. Also, wirklich, also, so wie das damals war, klar, war es jetzt dann nicht so einfach am Anfang, aber im Endeffekt ist alles gegangen und ja, hat gut gepasst. Nach Kreide, ich würde sagen, ein richtiger Schritt auf der Karriereleiter für einen Kicker, der Wechsel zu einem größeren Namen im heimischen Fußball nach dem Ford-Klub in Salzburg. Wenn auch erfolgreich, bist du zu einem namhaften Verein zu Sturm Graz gegangen. Wie war damals die Zeit in Graz? Ich kann mich wirklich an viele positive Dinge erinnern. Also, es war echt eine tolle Zeit und ja, sicher der Unterschied. Am Anfang haben wir gedacht, ja, jetzt fange ich zu down, wo ich aufgehört habe, wenn Fußball spielen. Aber wenn du dann bei einem bisschen größeren Verein bist, merkst du dann halt alles, dass dann halt auch ein bisschen Druck dazukommt, weil, wenn wir uns ehrlich sind, damals in Kreidek, ja, sicher will, dass jede Partie gewinnen, aber da war jetzt nicht ein Druck, dass du sagst, du musst jetzt jede Partie gewinnen. Da war es ja so, ja, jetzt, super, jetzt spielen wir gegen, weiß nicht, jetzt gehe ich gegen Sturm, gegen Rapid, gegen die Austria, wenn es klappt, ist es super. Und wenn nicht, dann, ja, ist auch nichts Schlimmes passiert. Aber dann, wenn du halt zu Sturm kommst, da hast du dann schon andere Ansprüche. Und das ist gar nicht so ohne, dass du dann eben damit umgehst, auch wenn es dann mal nicht so läuft, dass du dann merkst schon von den Zeitungen her, auch von den Fans her, dass das ja nicht so ohne ist. Und ja, das ist halt ein stetiger Lernprozess. Und im ersten Jahr war es 1G relativ, habe ich wieder gespielt. Im zweiten Jahr war von der Spielzeit eher weniger, wobei, dass man sagen muss, da ist dann halt richtig gut laufen. Und dann im dritten Jahr ist dann für mich eigentlich alles perfekt gelaufen. Und war eigentlich trotzdem insgesamt eine super Zeit. Und was mich auch wirklich wieder viel weitergebracht hat. Im Leben auch. Weil du einfach andere Situationen gehabt hast, andere Dinge gesehen hast. War eine richtig coole Zeit, ja. Für Sturm war sicher der Cupsieger-Highlight. Wie war das damals, die Salzburger Zupy? Naja, es war... Also wenn ich mich jetzt daran zurückkriege oder die Videos anschaue, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es einfach wirklich damals, das war ein unglaubliches Spiel. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, wie ich in die Partie reingegangen bin, war für mich eigentlich gar, dass wir gewinnen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da damals so ein gutes Gefühl gehabt. Auch von der Mannschaft her, wir sind einfach reingegangen und es war einfach irrsinnig gute Stimmung. Es war jetzt keiner, dass du sagst in der Kabine, der ist halber zusammengebrochen, weil ich so nervös war. Es war eher die Vorfreude aufs Spiel. Und im Endeffekt haben wir es dann eh in der Nachspielzeit noch geschafft. Aber es war einfach fantastisch, dann auch mit den Fans und es war ein riesiges Erlebnis, ein riesiges Highlight bis jetzt in meiner Karriere, muss ich ehrlich sagen. Das glaube ich. Vor dem LASK bist du zurück nach Wien gegangen. Rapid war dann eine recht kurze und unspektakuläre Verbindung, zumindest für mich als Außenstehender, wie war es in Hütteldorf, als gebürtiger Wiener, du hast zwar gesagt, du bist Burgenländer, aber ich glaube gebürtiger Wiener zu spielen, der nicht aus der grün-weißen Kaderschmiede stand. Ja, es war dann doch nochmal ein Schritt auf, vom Ganzen drumherher, von Sturm Graz, muss man auch sagen. Für mich persönlich hat es dann eigentlich ganz gut angefangen, habe viele Spiele gehabt, dann auch international, in der Europa League, was irrsinnig cool war. Klar in der Meisterschaft ist dann damals nicht so gut geredet, war dann auch der Trainerwechsel und ja, für mich persönlich war es dann eigentlich auch vom Leben her, weil bin ich es gewohnt gewesen, eher dann ländlich zu wohnen, sage ich jetzt einmal, und habe mir eh deshalb dementsprechend außerhalb was gesucht mit der Freundin, zwei Hund haben wir halt gehabt. Aber ich habe dann auch gemerkt und bei meiner Freundin auch, dass es einfach für uns jetzt nicht so leibend ist, in Wien zu leben, weil wir einfach eher die ländlichen Typen sind. Also das war halt auch vom Wohlfühlfaktor her nicht so cool, wie es jetzt da zum Beispiel in Linz ist. Bei Sturm Graz ist jetzt auch nicht so die Riesenstadt und ja, das habe ich halt auch gemerkt. Und im Endeffekt hat es dann eh noch ein Jahr vor beiden Seiten dann nicht mehr gepasst und da war einfach dann die beste Lösung oder die perfekte Lösung für mich, zum Lask zu gehen und ja, das war es dann auch im Endeffekt. Das wäre dann eben die nächste Frage gewesen, der Schritt nach Linz. Warum bist du 2019, außer dass Linz jetzt der geschickte Gress hat, gerade zum Lask gegangen? Nein, eh schon, wie ich vorher auch gesagt habe, da haben mehrere Faktoren mitgespielt. Man muss sich anschauen, was der Lask in den letzten Jahren alles erreicht hat, wie sie gewachsen sind. Und ja, das war für mich eigentlich eine richtig coole Option und ich habe mich irrsinnig gefreut, dass es klappt hat. Und bis heute freue ich mich, dass es klappt hat, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, man sieht selber jetzt, jetzt waren wir zweimal hintereinander in der Europa League, wie der Klub sich entwickelt. Wir sind in der Meisterschaft immer eigentlich ganz vorne dabei. Jetzt dann im nächsten Jahr, wenn du denkst, dann überhaupt mit dem neuen Stadion. Also es ist da wirklich was im Aufbau oder im Entwickeln und es ist einfach richtig cool, da davor ein Teil zu sein können. Und ja, es macht mir irrsinnig Spaß. Du bist im August 2021 gekommen. Wie war diese Zeit des Ankommens, die ersten Wochen in der Stolstadt? Irrsinnig positiv. Also von der Mannschaft her, also es ist ein irrsinnig cooler Spirit drinnen. Also ich bin da aufgenommen worden, wie wenn ich schon fünf Jahre da spielen darf. Und ja, es war einfach richtig leicht, da reinzukommen, muss ich sagen, weil es die Burschen immer sehr einfach gemacht haben und auch rundherum vor den ganzen Mitarbeitern. Also ich bin da wirklich herzlich willkommen geworden und dann ist es natürlich zehnmal einfacher, das sagst du, gewöhnst dich schneien, du kannst besser deine Leistungen bringen. Also es war echt, echt toll. Ich habe gehört, zumindest habe ich das jetzt noch so in Erinnerung, dass du am Anfang vor allem von der außergewöhnlichen Intensität im Training gesprochen hast, so heftig wie bei den Schwarz-Weißen, hast du das vorher offenbar noch nie erlebt. Ich denke, dass die anderen Klubs, du hast gerade von Adi Hüther in Kreide gesprochen, auch ihre Trainingspläne mit einer gewissen Intensität haben. Wie darf man sich das vorstellen? Wo liegt da der große Unterschied zu deinen bisherigen Erfahrungen vor dem Lask? Ja, du hast eigentlich ganz gut gesagt mit Adi Hüther, da war es eigentlich ähnlich mit dem Pressing, mit dem Stil, was die Mannschaft spielen will, aber bei Lask war das halt nochmal um ein Vielfaches höher. Also wenn man sich anschaut, wie wir spielen mit dem Gegenpressing, schnell nach vorne spielen, das ist eigentlich alles auf Intensität aufgebaut. Also sehr viel und dementsprechend musst du natürlich auch trainieren und das war davor, wie ich bei Sturm Graß gespielt habe, war das nicht so viel, da waren wir eher auf, sage ich jetzt mal, Konto ausgerichtet, Ballbesitzfußball ein bisschen mehr, bei Rapid das Gleiche und der Lask hat einfach eine andere Philosophie und dementsprechend musst du natürlich auch trainieren und dementsprechend habe ich das dann natürlich so empfunden und da braucht man halt eine gewisse Zeit, dass man das dann auch die Intensität mitgehen kann und ja, weil es bringt dich glaube ich als Spieler noch Viere und ist richtig cool, wenn so viel wie mich, ich habe jetzt schon viele Spielstile gesehen und umso mehr, umso besser im Endeffekt, was du spüren kannst und das bei Lask ist trotzdem nochmal etwas Außergewöhnliches gewesen. Wo liegt generell der Unterschied zu deiner bisherigen Erfahrung im Vereinsfußball oder anders gesagt, was macht den Lask aus, was macht den Lask zu einem besonderen Klub aus deiner Sicht? Also beim Lask muss ich ehrlich sagen, kommen wir mal am Ersten die Prinzipien in Gedanken rein, also dass du wirklich sagst, jeder Spieler verfolgt genau die Prinzipien am Platz und neben am Platz, also da gibt es wirklich Richtlinien, wo du sagst, entweder du machst das, dann passt das, so wie das jeder Spieler macht oder du machst das nicht, dann wirst du halt keinen leichten Stand haben beim Lask. Das ist einfach so und ich finde, das ist eine irrsinnig gute Sache, dass da wirklich alles Mannschaft und auch drumherum die Mitarbeiter verfügen das genauso, dass du wirklich deine Prinzipien hast und dass jeder gemeinsam einen Anstrang zieht. Also da gibt es jetzt nicht einen, der was jetzt sagt, ja nein, mir taugt das jetzt nicht so, deswegen mache ich es anders. Das gibt es da einfach nicht und das finde ich irrsinnig gut, weil alle in eine Richtung wollen und alle auf eine oder auf einen Erfolg hinarbeiten und das finde ich macht ein Lask wirklich aus zur Zeit und hebt ihn auch bei vielen anderen Vereinen, wenn du oft liest, dass da gewisse Spannungen, Probleme, egal ob in den Führungszentagen oder wo er immer gibt, ist das bei Lask ein bisschen anders. National und international war ja einiges los, seitdem du da bist, du hast es eh vorher angesprochen. Jeder Spieler hat da bisher seine magischen Momente gehabt und auch hier bei mir im Podcast beschrieben. Was waren deine bisherigen Highlights beim Lask? Meine bisherigen Highlights beim Lask? Boah, es hat zu viele gegeben bis jetzt schon, weil es waren richtig coole Partien dabei, international sowohl national. Auf jeden Fall die Europa League-Spieler waren einfach richtig cool. Dann auch, wie wir die Gruppenphase überstanden haben, PSW Eindhoven auswärts. Bevor da das Spiel angefangen hat, was dafür schon eigentlich war, wie du gesehen hast, die ganzen Legenden, die bei Eindhoven gespielt haben. Also es ist richtig cool, wenn man international spielt, sieht so viele verschiedene Stadien, richtig große Klubs auch und ich glaube, das ist für den Fußball immer was Besonderes. Ich will da jetzt nicht auch Spiel besonders ausheben, es ist einfach die ganze Europa Cup-Reise was Besonderes. Wenn du die Augen zumachst, welches Bild hat sich besonders in deiner bisherigen Laskzeit einprägt? Muss ich mal die Augen zumachen? Ja, es war eh das, bei Eindhoven auswärts, das hat sich bei mir einbrannt im Kopf, also wie das war, also wie wir da im Spülertunnel gestanden sind, auf einmal hörst du über die Riesen-Lautsprecher einen Herzschlag, alles ist schwarz, dann kommen so rote Laser-Strahlen glaube ich, runter vom Stadion und siehst du wie der Ronaldo am Bildschirm im PSV-Trikot umläuft und da regierst ohne Ende, das war unglaublich, also das war richtig cool und auch sonst, also der Aufstieg von der Gruppenphase, also es waren echt coole, coole, coole Momente bis jetzt dabei, und hoffentlich noch viel mehr, dass dazukommen. Ich finde, du hast sehr rasch ins Team reingefunden, intensiver Spielstil, der dir offenbar taugt und liegt, 2020 dann die schwere Verletzung, März gegen Hartberg, rechtes Knie, Kreuzband, fast zeitgleich mit dem Thomas Goehrginger, er hat mir über seinen Weg zurück, seinen harten Weg zurück erzählt und wie wichtig der Austausch mit dir in dieser Zeit war, nimm uns mit auf die Reise, wie war das für dich vor ein Jahr? Ja, also an dem Tag war es schief, also da war ich wirklich, also kurz nach dem Spiel war ich fertig, weil ich mir gedacht habe, boah, jetzt ist alles, alles hinig sozusagen, aber dann habe ich eigentlich am nächsten Tag war ich eigentlich schon viel positiver, weil ich mir gedacht habe, ja, das gehört einfach zum Sport dazu, wichtig ist, was ich dann im Endeffekt daraus mache, also ich kann jetzt natürlich mich bemitleiden und sagen, wie arm ich nicht bin, oder ich habe alles rein, was geht, kommt noch stärker zurück und so gut wie möglich und ja, wie du gesagt hast, mit dem Thomas, das war halt leider, dass ihm das passiert ist, aber ich glaube, für uns beide war das dann ein irrsinniger Vorteil, dass wir die Reha dann zusammen haben machen können, weil wir doch auch Wettbewerbstypen sind, sage ich einmal, und da hat es richtig coole Battles gegeben, nicht nur in der Kraft kam, auch außerhalb, aber ich glaube, das ist oft, einmal war ich vielleicht nicht so motiviert, dann hat er mich aufgezeiht, weil er viel motiviert war und andersherum und natürlich, du wolltest es halt nie verlieren und das hebt die Qualität natürlich dann auf ein anderes Level und auch mit unserem Physio, mit dem Shopper Philipp, der ist mit uns wirklich, also der hat das fantastisch gemacht, der hat sich so viel Zeit für uns genommen und es war eine sehr anstrengende und harte Zeit, aber ich habe dennoch viel Rückschlüsse daraus ziehen können und viele Dinge lernen können, ob es um mein Körper geht, persönlich, was auch immer, also es war irgendwie, auch wenn es scheiße ist, wenn du verletzt bist, es bringt dir doch was im Endeffekt. Der Weg zurück ist ja bei einem Kreisbandriss nicht wirklich einfach, weil es ja eine Zeit dauert, davor können zwei Kollegen von dir jetzt auch gerade ein Lied davon singen, wie war es bei dir bis zum Comeback? Also du hast es gesagt, die Geschichte mit dem Go-E-Gehen, das Battlen in der Reha, was euch gegenseitig gepusht habt. Was hält dann sonst noch so bei der Stauung, dass man da nach vorn schaut und das Ziel fokussiert und beibehalt dieses Comeback-Ziel? Ja, ich glaube einfach von der Grundeinstellung. Du kannst andererseits sagen, also die bemitleiden und immer schlechte Laune haben und sagen, scheiße, jetzt bin ich verletzt oder du nimmst das einfach an und sagst, du machst einfach jeden Tag das Beste draus. Du hacklst einfach wie teppert jeden Tag und egal was kommt, egal wie dann im Endeffekt ab und zu das Knie reagiert, du gehst weiter, du machst deinen Weg und kommst einfach stärker zurück, als dass du vorher warst. Und ich glaube einfach, dass von der Grundeinstellung das wichtigste ist, dass du auch wirklich dann zu 99% von der Reha immer motiviert bist, weil immer geht es halt nicht. Irgendwann hast du mal einen schlechten Tag oder läuft es nicht so, wie du willst. Aber ich glaube einfach, dass der Grundoptimismus da sein muss und den kann man natürlich auch ein bisschen unterstützen und trainieren, sage ich jetzt einmal. Im Kopf kannst du viel machen, was dir hilft als Fußballer und das habe ich in der Zeit auch gemacht und ja, trainiert sozusagen. Nicht nur den Körper, sondern auch ein bisschen den Kopf. Der Gulgi hat mir vor ein paar Wochen sehr spektakuläre Geschichte mit OP in Tirol, Lockdown und einer relativ wilden Rückfahrt erzählt, weil in Tirol quasi die Rollläden schon herunter waren, wie er abgekühlt worden ist. Wie war das bei dir? Hast du da was Ähnliches erlebt? War das auch so spektakulär? Wie war das? Ja, wir haben es mit dem Helikopter rausgefliegen müssen, weil sonst hätten es die Grenzen zugemacht. Echt jetzt? Nein, nein, ich bin ganz normal. Ich bin ganz normal. Mit dem Auto haben sie mich angeholt und dann bin ich zurück nach Oberösterreich gefahren. Also bei mir war es nicht so spektakulär. Voll am Häckchen, meinst du? Okay. Zurück in die Gegenwart. Du bekommst immer mehr Spielzeiten, die kann man ja links und rechts bringen, wie ich bei der Eingangsbeschreibung gesagt habe. Du bist ja vielseitig einsetzbar. Wie geht es deinem rechten Knie heute? Wie geht es beim Klippen? Also richtig gut, muss ich sagen. Klar, dass du jetzt sagst, es ist gar nichts mehr oder so, das ist halt noch nicht nach einem Jahr. Das ist, sicher gespießt das hier und da einmal, aber das sind Kleinigkeiten. Also dann zwickt es einmal da mehr, tut ein bisschen mehr, aber es schränkt mich überhaupt nicht ein. Und das spürt man halt. Es ist halt auch, es braucht halt eben so eine Zeit. Du kannst halt nicht alles zerreißen, weil eben dann das Bandler so eine Zeit braucht, dass es wieder zusammenwächst. Und ja, aber so von dem her habe ich überhaupt keine Probleme und darüber bin ich irrsinnig froh. Und deswegen genieße ich auch die Zeit zu einem Platz, weil ich weiß, wie schierig es auch sein kann, wenn du verletzt bist und wenn du nicht am Platz stehen kannst. Und umso mehr musst du einfach die Zeit genießen und es auch schätzen, wenn du gesund bist und eben den Beruf ausführen kannst. Du hast das vorher gerade angesprochen, Hashtag Comeback Stronger, so eine schwere Verletzung mit einer langen Pause macht ja im Regelfall was mit einem. Auch mit dir. Was nimmst du aus deiner Verletzungspause persönlich mit? Ja, ich glaube eben der Optimismus, den nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich dem beibehalte, dass egal was kommt, es geht immer weiter. Das ist einfach so. Es können noch so viele Rückschläge kommen. Du musst einfach bereit sein, dass du dann wieder aufstehst und weitermachst und einfach immer das Beste gibst. Es geht halt nicht immer nur gerade nach oben und ich glaube, da darf man einfach keine Angst davor haben, weil sonst darf ich nie wieder auf einem Platz aussehen, weil ich sage, boah, jetzt könnte ich mir vielleicht da irgendwie wieder was wehtun oder könnte man wieder irgendwas reißen. Shit happen, das ganz ehrlich und das dann einfach annehmen und das Beste daraus machen. Also das nehme ich am meisten davon mit und das tut mir gut und es ist einfach, ja, das hat mich einfach ein bisschen auch geprägt. Corona, Covid-19 war ja auch noch ein zusätzlicher Faktor in deinen Comeback-Monaten oder zu in einer Stadt, wo du da erst seit sehr kurzer Zeit warst bzw. bist. wie gehst du und wie geht die Familie mit Corona um? Ja, der Marvin hat es eh gehabt, leider. Also ich habe es gehabt, eh kurze Zeit nachdem, dass ich wieder am Platz gestanden bin. Ich war eben auch dann in Quarantäne. Natürlich hat die Freundin dann auch in Quarantäne messen, waren wir, glaube ich, zwei, drei Wochen in Quarantäne. War nicht leibernd, muss ich sagen. Also ich habe zum Glück jetzt nicht wieder Symptome oder irgendwas gehabt. Mir ist ein, zwei Tage nicht so gut gegangen und danach, was eigentlich bis auf den Geschmack sind, war alles da. Es ist nicht leibernd, wenn du dann zwei Wochen nur daheim bist und nicht außer darfst und dass die Zeiten nicht zurzeit sehr fordern sind, wenn ich mir denke, es tut einfach richtig weh, wenn du jedes Mal außen gehst am Platz und es sind einfach keine Zuschauer da, wobei du wiederum glücklich sein musst oder dankbar sein musst, dass du überhaupt das machen kannst, dass du überhaupt Spiele spielen darfst. Ich glaube, es ist einfach für jeden eine schwierige Zeit. Es gibt sicher Leute, die es viel schlimmer trifft als uns. Also ich glaube, wir als Fußballer dürfen da jetzt drüber überhaupt nicht zudern, weil wir einfach eh das machen dürfen, unseren Beruf machen dürfen. Und ja, da gibt es einfach viel, viel mehr Leute, die davon betroffen sind, was schlimmer geht. Und ich hoffe einfach, dass jetzt mit den Impfungen und jetzt auch mit dem das wärmer wird, dass das jetzt hoffentlich bald ein Ende hat und wir einfach wieder unseren Alltag zurückkriegen, so wie es früher war und einfach wie die Leute wieder ins Stadion kommen dürfen und dass wir einfach zusammen schöne Momente feiern können, jetzt einmal dann im Parsing und nachher dann auf der neuen Google. Und außerdem bist du ja in einer Baby-Bubble und da zieht man sich auch gern mit der kleinen Familie zu. Ja, das sowieso. Verbringzeit. Ja, ein bisschen Lounge beim Lassen vom Kleinen. Gibt nichts Schöneres beim Ankommen. Also, super. Wann ist er denn geboren eigentlich? Am 22.03. Am 22.03. Ja, ich glaube, du warst ein bisschen davor, gell? Mit Julian. Genau. Wir sind am 8. Am 8. Naja, geht dahin. Die Zeit vergeht, gell? Absolut, ja. Kommen wir noch mal zum Nass zurück. Der Verein ist wie der Wehr, der schlaffende Riese, der oft zitierte schlaffende Riese ist der Wacht. Wie siehst du die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren jetzt als Außenstehender und Mitglied der Lask-Familie und dann auch seitdem du top bist? Ja, ich bin damals schon bei Sturm haben wir schon ein paar Mal über den Lask geredet gehabt. Eigentlich, ich glaube, da sind sie dann aufgestiegen in die Bundesliga und da sind eigentlich schon zweite Liga. Ich glaube, einmal haben sie Pech gehabt, da war Wartens ist dann vorhin aufgestiegen, wenn ich mich enttäusche. Und dann haben sie geschafft, dass das eigentlich ein guter Verein ist vom Spielstil her, dass es ein bisschen unorthodox ist, sage ich jetzt einmal, wie sie spielen, so intensiv und haben uns gesagt, das können die ja nicht in der Bundesliga so durchhalten mit dem Pressing und allem. Wir haben einfach gemerkt, ja, da entwickelt sich eigentlich was beim Lask, damit die Erfolge was gehabt haben. Dann bei Rapid sowieso, hast du dann gesehen, dass der Lask, dann sind sie zweiter geworden, dass da richtig gute Kicker dabei sind, dass sie eine richtig coole Philosophie haben, dass sie eine richtig gute Mannschaft haben und dass sie sich eigentlich vor keinem mehr verstecken müssen. Und dann habe ich es dann eh selber gesehen, wie das ist, wenn du beim Lask spielst, was du gefordert ist. Und ja, ich glaube einfach, dass das die letzten Jahre irrsinnig schnell gegangen ist, natürlich auch, irrsinnig erfolgreich war, einfach, dass das sehr, sehr viel richtig gemacht worden ist im Verein. Und ja, ich glaube, dass das jetzt mit dem Stadion der nächste Schritt ist und dass man da einfach nochmal weiter wachsen kann. Man darf es jetzt natürlich jetzt nicht erwarten, dass jetzt der Lask ist ja Meister so wie Red Bull, weil es gibt eben Red Bull halt auch noch, der, die ein bisschen mehr Budget und alles haben und so wie Rapid und auch ich glaube, dass der Lask jetzt, so wie du gesagt hast, einen richtigen Namen gemacht hat, jetzt eben national, aber jetzt auch international mit den zwei Europa League-Saisonen und ich glaube, dass wir einfach auf einem irrsinnig guten Weg sind oder wir auf einem irrsinnig guten Weg sind, dass wir uns da einfach etablieren und dass die Leute sagen, ja, schaut's um mich, in Oberösterreich, da tut's einiges, also das sind richtig gute Burschen da. Die Ansprüche der Fans steigen natürlich auch nach tollen Phasen der letzten Jahre. Wie geht's euch im Team, wenn da bei einmal der Zwischendurchwachsenen Leistungen zum Teil harte Kritik von draußen Ich persönlich habe mir das aufgehört, Also das habe ich bei Sturm, dann bei Rapid war ich immer gelernt. Also wenn du das liest, was da in die sozialen Medien geschrieben wird, über dich, über die Mannschaft, ja, wenn du da drei Kommentare liest, nach einem Spiel, was halt nicht so leibend war, dann musst du eh hinterfragen, ob du überhaupt gerade ausgehen kannst, so wie da kommentiert wird. Und es sind meistens dann auch Leute, die jetzt, sagen wir mal, ja, jetzt nicht per du sind mit dem Ball, aber großartig herumreiten. Klar, jeder Fan darf seine Meinung haben und es ist auch legitim, das passt alles. Aber ich glaube, als Fußballer darfst du das oft nicht zu Herzen nehmen, weil da auch viele Emotionen daraus auszusprechen durch das. Und ich glaube, wir messen einfach selber, wir wissen dann eh selber, waren wir jetzt gut, waren wir nicht gut. Und da messen wir uns einfach auf uns konzentrieren, bei uns bleiben und einfach schauen, dass wir einfach wirklich jedes Spiel unsere Leistung bringen können, weil es hilft nichts, dass jetzt einer in die sozialen Medien schreibt, ja, super war es heute und dann klopfen uns alle auf die Schulter und dann im nächsten Spiel schreiben sie, haut die ganze Mannschaft raus, was jetzt zum Beispiel bei Lars gerne davon ist. Aber es hat es auch schon gegeben, kenne ich alles, die Geschichten. Und deswegen glaube ich, als Fußballer ist man da gut beraten, wenn man nicht alles liest und schaut, was in sozialen Medien oder in Zeitungen geschrieben wird. Also das glaube ich ist ein wichtiger Faktor. 2018 bist du das erste Mal ins Nationaltheam einberufen worden. Wie war das, wie du fürs Team aufgelaufen bist, Gefühle, Erinnerungen an die Einberufe? Ja, auflaufen habe ich leider nicht dürfen. Das war bitter. Aber im Training hast du halt schon gemerkt, puh, das sind richtig gute Kicker. Aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das was die machen ist eine andere Spurtart. Und das war für mich halt wichtig zu sehen, dass ich eben auch mitgehen kann, das Tempo, die Qualität. Und das war für mich halt sehr aufflussreich, weil du einfach viel mitnehmen kannst von Leuten, wie zum Beispiel wie ein Alaba, der was bei Bayern spielt, was macht der zum Beispiel im Training, wie macht er das? Da kannst du halt irrsinnig viel so Kleinigkeiten anschauen und Dinge. Das war irrsinnig super zu sehen und ja, hat mir natürlich auch irrsinnig viel gebracht, einfach zu schauen, wo muss ich mich verbessern, was kann ich besser machen, wo bin ich eigentlich schon recht gut und ja, das sind halt richtig coole Erlebnisse auch und ja, war richtig leibend, muss ich sagen. Also war für die Jungs her, bin ich da auch super aufgenommen worden, also war eine tolle Erfahrung. Apropos Nationalteam, wer wird hier Europameister und wo Land Österreich? Hm, das ist eine gute Frage, Europameister. Muss ich ein bisschen überlegen. Ja, ich glaube, dass Frankreich wieder eine sehr gute Rolle spielen wird. Das ist meine Meinung und ja, wo Landet Österreich? Ich hoffe, ich hoffe, Saison für Österreich und wer weiß, vielleicht gelingt uns ja, ein paar Überraschungen, das war richtig cool und werde ich Herrn Gassi sagen, dass er da ein bisschen aussitzen, so wie ein paar Bälle und so. Also die Hütten dicht werden. Ja, sag ihm schon. Wer den ein bisschen motivieren, vor dem Spiel dann. Das kriegen wir schon hin. Apropos Tipps, ich habe vor zwei Wochen den Tipp abgegeben, dass wir heuer mit dem Lask einen Titel holen, egal ob Cup oder Meisterschaft. Was sagst du zu meiner Idee? Das ist eine sehr, sehr gute Idee, muss ich dir sagen. Und ja, also ich habe es eh schon oft gesagt, wie ich hergekommen bin. Also die Mannschaft wird einfach, oder bin ich der Überzeugung, muss einfach Titel holen, so wie wir jetzt beieinander sind, weil es einfach ist eine Qualität vorhanden und es wäre schade, wenn wir da wirklich jetzt nicht sagen, dass wir uns einen Titel holen können. Ob es diese Saison ist, nächste Saison, ist es egal. muss ich ehrlich sagen, aber wenn du mit der Mannschaft keinen Titel holst, das wäre echt bitter, weil ich eben auch ein bisschen vergleichen kann damals mit Sturm Graz, mit Rapid auch, wo wir jetzt nicht unbedingt mal einen Titel mitgespielt haben, aber du siehst halt, wie von der Qualität her, von der Mannschaft, und da ist halt, Lask braucht sich davon gar kein Verstecken, ganz im Gegenteil. Also ich unterschreibe das, was du gesagt hast, es wird Zeit und jetzt haben wir eh ein Finale dann vor der Brust, was richtig cool wird und auf das freuen wir uns, glaube ich, einfach irrsinnig und da werden wir natürlich alles reinhauen. Das ist Wochenende gleich Salzburg, eine Vorbereitung für das Cupfinale am 1. Mai, dann Wochen drauf, gleich ein paar Tage später gegen Rapid, beides wichtiger Partien in der Ausrichtung im Meisterplayoff. Wie stößt du dich auf diese sehr wichtigen kommenden Wochen mental ein? Ich freue mich einfach für einen Fußballer, das sind richtig coole Spiele, weil du einfach sagst, du messt dich da wirklich dann mit den Besten von der Liga und das finde ich immer am besten, weil es einfach irrsinnig coole Sache ist, wenn du einfach merkst, da drüben sind richtig gute Kicker, wir haben richtig gute Kicker und ja, schau mal, was da heute rauskommt. Wir werden alles reinhauen, wenn es das nicht macht, dann wird es verlieren und wenn wir das nicht machen, dann werden wir verlieren. Ich finde das einfach irrsinnig cool, ich freue mich auf solche Spiele einfach. Ich bin da jetzt nicht irgendwie so, boah, jetzt bin ich nervös, wenn da ein Föller passiert oder irgendwas. Ich glaube, das ist die komplett falsche Einstellung, weil dann passiert genau sowas. Also ich glaube, du musst da einfach reingehen und sagen, hey, geil, heute spielen wir gegen Salzburg, heute spielen wir gegen Rapid, Fußball, was gibt es generell. Und ja, so gehe ich heute in die Partie hinein, so bereite ich mich auch ein mental darauf vor, dass ich sage, geil, einfach, ich freue mich auf die Partie, ich brenne einfach drauf. Wenn einer weiß, wie das geht, dass man Salzburg in einem Cup-Finale biegt, dann bist du das. Kleiner Flashback für uns, wie war das und wie schafft sich das heuer am 1. Mai, dass sich die Bullen knackt? Ja, also Red Bull ist einfach, brauchen wir nicht reden, in Österreich mit dem Budget und mit den Spielen, was haben wir einfach eine überragende Mannschaft. Das sieht man in den letzten Jahren. Ich glaube, bis auf Sturm Graz damals haben sie, glaube ich, in den letzten fünf Jahren neun Titel gekriegt, bis auf das Cup-Finale. Dass es irrsinnig schwer wird, gegen sie zu gewinnen, da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber ich habe auch mit den Burschen schon geredet, wir brauchen uns einfach gar kein Verstecken. Wir messen einfach da mit Spaß, mit Freude reingehen, einfach unser Ding durchziehen. Und ja, das habe ich auch ihnen gesagt, weil sie ein paar Mal gefragt haben, eben ein bisschen da zum Spaß, wie man da reingehen soll. Und ja, also, einfach nicht verstecken, einfach nicht nervös sein oder Angst haben für irgendwas, einfach mit Freude reingehen und sagen, hey, wir können da sowas Geiles erreichen, was ganz Oberösterreich wahrscheinlich um dumm springt daheim dann. Und so muss man finde ich reingehen in sowas und ja, nicht irgendwie ängstlich sein. Das finde ich wichtig. Wenn ihr uns den ersten Titel seit 1965 holt, marschieren sicher zahlreiche Fans nach Maria Zöger Wolfhort. Vollefälle wird gerade Österreich feiern. Hast du dir was Spezielles vorgenommen bei einem Sieg am ersten Mai beziehungsweise laufen in der Kabine irgendwelche Wetten wie ich schneide mir Glatzen bei einem Sieg oder ich renne noch gerade über den Hauptplatz oder sowas. Eher mit Tätowieren, was ich heute rausgehört habe. Da wollen sie wenn wir gewinnen schon ein Pokal tätowieren. Ich weiß nicht, wie ernst das ist. Und ja, wichtig ist, dass wir die nächsten Spiele konzentriert spielen, dass man die in der Meisterschaft Und wenn es soweit ist, wenn das Finale vor der Tür steht, dann werden wir uns natürlich auf das gebührend vorbereiten. Und ja, einfach so wie gesagt, muss man Spaß haben, einfach das durchziehen, was wir uns die letzten Monate, Jahre erarbeitet haben. Und dann wird es sicher ein geiles Spiel. Und wie es dann ausgeht, das wird mäßig, das kann man im Fußball ja vorher nicht sagen, ich sage, es schaut dann gut aus, wenn wir wirklich Spaß, Freude und alles reinhauen, dann wird es ein richtig cooles Spiel werden. und hoffentlich dann mit einem richtigen Gewinner. Kommen wir zum Schluss, einmal allgemein kalten zum LASK, wo geht deiner Meinung nach die Reise mit den Schwarz-Weißen hin, sagen wir mal in den kommenden fünf bis zehn Jahren auf den Einschätzung. Der Verein und auch die Mannschaft will sich immer weiter entwickeln. Und ich glaube, das ist irrsinnig gut, dass man sich einfach nicht mit dem, was man bis jetzt erreicht hat, zufrieden gibt, sondern immer schaut, was kann man besser machen, wie kann wir uns weiterentwickeln, wo können wir uns einfach verbessern. Und ich glaube, alleine geht es mit dem Stadion, was da hinkommt. Also das ist schon ein riesiger Meilenstein für Linz, für Ölberösterreich und für ganz Fußball Österreich. Und auf dem hinauf wird es natürlich auch die Ansprüche, so wie du vorher gesagt hast, was die Fans haben, werden höher werden. Aber ich glaube einfach, dass wir dann gewachsen sein und wir werden einfach alles dafür tun, am Trainingsplatz, dass wir dann am Spieltag unsere Leistung bringen können und die Fans viel Freude bereiten können neu dieses Jahr, nächstes Jahr und in die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und ich glaube, da ist der Lask auf einem irrsinnig guten Weg und für mich hat jetzt eigentlich nichts darauf hindeuten, dass das irgendwie in die andere Richtung gehen könnte. Aber natürlich muss man immer dahinter sein und immer daran arbeiten. Konkret zu deiner Zukunft, Vertragsverlängerung vorerst bis Juni 2023, das heißt für die kommenden zwei Saisonen, was sind deine Pläne noch in Linz, was gibt es für die beim Lask noch zu erreichen? Ja, du hast es gerade gesagt Titel Titel holen, also auf jeden Fall weiter erfolgreich so arbeiten wie bis jetzt mit der Mannschaft, dass wir einen Erfolg haben, da geht es gar nicht so um meine Person, da geht es eigentlich um Erfolg der Mannschaft und dazu beitragen und das ist für mich das Wichtigste es ist einfach jeden Tag komme mit einem Lächeln zum Training weil ich weiß es cool da zu arbeiten mit den Jungs mit Trainerteam und allem drum und dran und auf das freue ich mich einfach und das ist einfach schön und schön dass das jetzt noch zwei Jahre ist und schauen wir dann wie es weitergeht was was wir ernten im Endeffekt bin ich schon ganz gespannt Arvin Pottsmann danke fürs Gespräch bei 1908 dem Live Radio Last Podcast alles Gute und vor allem Gesundheit dir und deiner Familie ich wünsche dir noch viel Erfolg und natürlich viele großartige tolle Momente in Schwertzweiß danke dir ebenfalls dir und deiner Family soll ich gesund bleiben danke schön Arvin super danke ciao ciao 1908 der Live Radio Last Podcast powered by Energie AG die 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR